Ja, wir hängen hier immer noch rum. Ich lad mal nach. Und herzlich willkommen zu Crisis Warhead mit dem alten Mann mit den Schlaftabletten. In der letzten Folge bin ich ja vom U-Boot geflüchtet. Mit einem Luftkissenboot. Hoverboard oder wie er das Ding genannt wurde. Wie er, wie sie das Ding genannt hat. Und hab hier ein paar Freunde gefunden. Wir sollen jetzt hier hin. So wie es aussieht. Wo haben wir ein paar Aliens? Erreichen Sie den Tunnel. Im Eis ist eine Schwachstelle, die zu einem Gebirgstunnel führt. Über diesen können Sie in das nächste Tal. Der Tunnel ist aber da hinten, Freunde. Ich sag, Spiel gespeichert. Wo ist der Tunnel? Ich bin auf dem richtigen Weg. Hier gibt's frischen Smooth-Saft. Splitterkanaden brauche ich nicht. Sprengladung brauche ich auch nicht. Sprengladung kann ich die nehmen? Was passiert denn? Ah, dann habe ich eine Sprengladung. Geil. Wollte ich mal eine Sprengladung haben. Zweimal zweitrücken, dann kommt das rausgewehr. Drei. Nix. Vier nix. Fünf nix. Sechs nix. Eins ist die, ne? Hüpf. Wir gucken in die Häuser. Da brennt es. Mein Auto. Ich würde gern schlafen. Ich bin müde. Hier ist so schöne... frische Luft. Entschuldigung. Oh, weg war. Auf was hast du geschossen? Ach da. Oh, ich hänge. Ach da. Ach da. Wir haben aber noch Granaten. Nee, das bringt nix. Irgendwie nicht die richtige Waffe. Das geht mit dem Gauss-Gewehr doch nicht. Das geht mit dem Gauss-Gewehr? Hier wird mir gar nix. Wie wird man... Wählt man denn die Granaten aus hier? Irgendwie muss das doch gehen. Wie kann ich... Könnte ich die Munition umschalten? Oh, der ist noch ein zweiter. Nur gemacht. Was ist denn jetzt los? Aufdeckung. Aufdeckung. So. Ich denke, wir haben Schlittergranaten. Das ist alles andere. Ich habe keine richtige Deckung hier. Ich finde, der Baum ist besser. Habe ich mich selbst gestört? Habe ich jetzt keine mehr? Was ist denn jetzt hier? Mach mal hin, Spiel. Ah, ist nervt. Und wie schalte ich jetzt die Granaten um? Ich gucke gleich im Menü. Kann ich hier rein? Ja. Lass die einer mal machen. Das ist aber auch nicht viel schöner. Das ist immer unbefriedigend, wenn man dann im Menü nachgucken muss, um irgendwas zu sehen. Da fehlt dann noch ein bisschen die Intuitivität von irgendwelchen Sachen. Waffen ablegen. Wo schalte ich denn jetzt Granate werfen? Nachtsicht. Granaten wechseln ist H. Ach, daneben. Ja, toll. Geh doch mal runter. Sag doch, ich habe welche. Im Lauf. Die fühlen nicht immer so, als ob du kacken musst. Los, noch eine. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Der ist weg. Schnelle! Schnelle! Das schaffen wir! Da ist doch. Da haben wir die ganzen Granaten verbraucht. Meine guten. Wagen nehmen wir sie im Haus nicht weg. Weg. Na gut. Waren hier noch welche? Nein. Alles weg. Hier vielleicht? Oh. Nee, nicht mit dem Granatwerfer. Es scheint jetzt erstmal noch nicht so gut. Also Schalter per Laservisier. Ah, Mensch. Da haben wir nicht so viel. Dann würde ich sagen, wir speichern mal und dann gehen wir mal weiter. Wir sollten ja hier runter. Kommt ihr mit? Jo. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Granaten. Nachdem ich die hier alle verschwendet habe. Gut. Froht Patronen. Na gut. Kann man das eigentlich z-debben? Maximale Stärke. Kann ich mal. Guck mal, so klopfe ich an die Tür. Klopf. Oh. Doch besser nicht. Die sind hier auch alle schockgefrostet. Wir pirschen uns. Ich gehe hier lang. Geh langsam vor, wollte ich sagen. Geht ihr hier auch lang? Sind wir nur noch zu zweit? Ach, du Kacke. Warum tust du das? Hättest du den nicht in Ruhe lassen können? Einfach umgehen. Ja. Super. Ich muss nachladen. Ist doch gut. Ist da noch einer? Ach da. Zwei. Ich sehe mein Laservisier nicht. Jetzt. Da ist noch irgendwo. Ist noch einer. Das hat meine Energie. Na, sich ja gut aus. Nee, ich muss schon genau treffen. Sonst wird das nix. Der ist jetzt aber erledigt. Da hinten ist noch einer. Der kommt aber nicht mit. Guckst du hin? Ach da. Da guckst du hin. Hast du fein gemacht. Da sind sogar noch zwei. Die sind bloß nicht mitgekommen. Also auf dem Radar hier unten sehe ich drei blaue Pfeile. Und ich bin da nicht mit bei. Ich bin... Ja, der hier in der Mitte. Der orange, ne? Der ockerfarbene. Zieh dich nicht. Da gibt's ja nicht mehr viel Muni für. Für das Gaussgewehr. Ich geh mal hier zum Brotschuppen. Vielleicht ist hier was. Das war tatsächlich ein Brotschuppen. Ich bin gut, ne? Aber hier ist gar nix. Dann gehen wir mal zu diesen... Ein Panzer! Noch ein Panzer! Kann man die nehmen? Warte, 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 warte. Warte! Ah, der ist Putt. Panzer Putt! Mal gucken. Wir können ja mal das Fernglas nehmen. Da ist der Tunnel. Aber Munition ist hier gar keine. Schade, schade. Warum stehen hier die Panzer? Ach, das arme Pferd. Traumig. Richtig traumig. Zerfallen die eigentlich auch zu staub? Wenn man dagegen läuft? Nein. Wenn man die haut? Haut nicht. Pferde sind robuster als Menschen. Ja. Hä? Huch. Hey, schieb mich nicht ab. Ich hab da Muni gekriegt. Was ist denn da? Da steht noch einer. Das gefällt mir hier gar nicht. Da ist der Tunnel. Sag doch, das gefällt mir hier nicht. Geht das Ding wenigstens? Wir haben was auf dem Radar gefunden. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Das Ding kann man nicht benutzen. Positiver Kontakt. Das geht doch nicht. Doch, bei Rolle. Was sagt die Uhr? Ja, das müssen wir denn noch schaffen. Irgendwie, würde ich sagen. Also, meine Herren. Der Bastard steht zwischen uns und dem Tunneleingang. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs. Ich hab aber keine... Hier ist doch eine Waffe gewesen. Von der Seite. Lende, sie lenken den Beschuss auf sich und gehen drüben in Deckung. Wir behaken ihn mit schwerer Artillerie. Ich hätte gern schwere Artillerie. Hier. Ich hab schwere Artillerie. Und was haben wir hier? Ich bin weg. War das nicht. Das waren die anderen. Ist hier noch was? Oh. Tschüss. Hier ist nix. Wo haben wir denn jetzt noch? Oh. Das Teil muss Augen haben. Wuh. Er läuft nicht. Er muss beschäftigt bleiben. Er darf sich nicht auf ein Uhrie fixieren. Ich sehe einen Schwachpunkt. Auf den Tiefers zielen. Da ist es verwundbar. Auf den Tiefers. Ihr habt alle noch so eine... Ich hab doch keine Munition dafür. Ah, ich muss hier weg. Das Ding geht gleich hoch. Auf den Kiefer. Ey, nicht das Bein davor. Oh. Scheiße. Ich brauche Muni vor allen Dingen. Gibt's hier irgendwo welche? Geh mal weg. Ah. Was ist hier? Oh, ich brauche Deckung. Äh, runter. Der, nee, nicht. Er, er glückt sich nicht mehr. Er hat sich nicht geblückt. Ich konnte nix machen. Keine Ahnung warum. Oh. Ich sag die Zeit. Ja, das schaffen wir. Jetzt weiß ich aber nun ewig. Jetzt geh ich gleich so lang. Wir haben was auf dem Radar gefunden. Vielleicht sollte man sich das mal anschauen. Positiver Kontakt. Das gibt's doch nicht. So, jetzt haben wir schon mal einen Raketenwerfer. Den kann man hier alle nicht nehmen, ne? Wir sind alle im Klump hier. Also, meine Herren. Der Bastard steht zwischen uns und dem Tunneleingang. Nehmen wir ihn auseinander, Jungs. Lassen wir ihn erstmal ran kommen. Von der Seite. Ja, gut. Lassen Sie lenken den Beschuss auf die Töne gehen drüben in Deckung. Wir behaken ihn mit schwerer Artillerie. Guck mal hier vorsichtig in die Ecke. Von der Seite hat er gesagt, ne? Oh. Hallo? Freunde? Hallo? Hallo? Mir ist gerade ein bisschen kalt. Freunde? Helft mir. Ich kann nichts machen. Bitte haucht mir doch mal ans Visier. Help me. Das ist schlimmer als auf dem Schiff. Aus dem Flugzeugträger bin ich auch immer eingefroren. Weil ich so schlau war beim Spielen. Ist hier noch irgendwo jetzt einer? Nein. Weil ich ja mal dann mit mir wieder... Ah, alles von vorne anfängt. Ohohohohohohohohohohohohoh. Ich habe gerade noch gesehen. Oh, das geht auf. Nachladen? Wie viel haben wir denn davon? Aha. So geht das. Alles klar. Langsam wird's ja. Vorwärts! Ich klare mal nach. Da kann er in Ruhe hier ein bisschen... Oh! Hau ab, hau ab! Ich bin, ich bin... Ich mache hier gar nichts. Oh, ne, jetzt weg. So. Gleich haben wir es geschafft. Aufpassen! Gleich haben wir es geschafft. Woher willst du das wissen? Mir juckt die Nase. Da ist schon wieder so einer. Hau ab, hau ab, hau ab! Ich sag das mal deinem Cover da. Man mischt sich nicht ein. Oh. Die tun uns hier nichts, ne? Dann stehe ich hier rum. Ich glaube, er macht jetzt wieder seinen Strahl. Da funktioniert es auch nur, wenn ich ins offene Maul schiele. Äh, schiele. So wie jetzt zum Beispiel. Das hat gut funktioniert. Ich brauche mein Gauss-Gewehr wieder. Gut. Alles klar. Ja, ja. Psycho holt sich noch ein bisschen Munition. Was ist denn wer? Die Mission geht vor. Wir unterstützen jetzt direkt das Raptor-Team. Fall auf den Behälter! Wir vermissen einen Mann! Ja, und auf der anderen Seite dieses vereisten Bergrückens ein ganzes Team. Hauen wir einfach ab von hier. Genau. Hauen wir einfach ab von hier. So. Ich mache jetzt mal die Folge ein bisschen kürzer. Wir hauen in der nächsten Folge weiter ab. Was machst du denn da? Ach, du machst da ein Loch? Ja, das warten wir noch ab. Das gucken wir uns nochmal an. Granate, Granate! Granate, Renate! Ich sollte aufhören. Ich zappel nur noch dummes Zeug. Ich komme in der nächsten Folge mit. Okay, das ist dann. Gehen wir. Los, los! Ne? Nächste Folge. Tschüss.